Unser Leben ist durchdrungen von digitalen Technologien. Jedes Unternehmen muss sich heutzutage mit Digitalisierung beschäftigen. Digitalisierung kommt in jedem Parteiprogramm vor. Diese Entwicklung hat zwei Seiten. Auf der positiven stehen schnellerer und freier Zugang zu Informationen, neue Möglichkeiten sich auszutauschen und die Vereinfachung unserer Arbeit. Die dunkle Seite, umfassende Überwachung, Manipulationsmöglichkeiten, die wir nicht durchschauen und denen wir nicht entgehen können. Wir sind Epicenter Works, eine Grundrechtsorganisation, die hart daran arbeitet, die positiven Aspekte zu stärken. Wir kämpfen für ein freies und offenes Internet, für besseren Datenschutz und gegen Überwachung. Wir geben der Zivilgesellschaft eine starke Stimme, wenn es darum geht, die Weichen für unsere Zukunft zu stellen. Wir sorgen für die Stärkung der Grund- und Freiheitsrechte im digitalen Zeitalter. Dafür setzen wir die Hebel bei Gesetzen an, die wir kommentieren, verbessern, kritisieren und notfalls auch vor Gericht zu Fall bringen. 2014 ist uns das bei der Vorratsdatenspeicherung gelungen. Diese Form der Massenüberwachung wurde nach unserer Klage vom Europäischen Gerichtshof aufgehoben. Seitdem konnten wir viele weitere Erfolge für unsere Grundrechte feiern. Gemeinsam liefern wir ständig neue Belege dafür, dass Zivilgesellschaft wirkt.